ja machst du das schon würde die latsche eine latsche und mache ich her macht nur noch die latsch ich mache jetzt die medien jetzt hast du schon die latsch gemacht egal dann habe ich so egal macht jetzt noch die pauschel latsch mit elastik ja mach einfach beeilung ich schicke aber mein puls und hat mir jetzt eine feindliche waffe geschnappt hast du gut ich muss mir mal echt auf jeden fall abbrechen ich bin hier sehr verwundet sie musstest du eigentlich präzisieren aber egal wir sind gerade mitten in der stadt links vom intercity hotel wir sehen wir sehen dich wir sehen dich ich guck nicht raus kann ich ins hotel verstanden nein ne keineswegs wir haben hier unbestimmten kontakt mehrere unbestimmte kontakte noch im umkreis over ich komme einmal zu sehr nix in deckung sehr nix in deckung ich bin in deckung hier nix in deckung holl jetzt wird starten mir zu rein sch oct schuld Daniel, gehen wir rüber? Ah, wir haben ein Problem. Wir wissen nicht, von wo der eine Typ sich schießt. Wir haben ein unbekanntes Objekt direkt gegenüber von der Straße, vom Intercity Hotel. Benötigen mal ein bisschen Aufklärung, Ober. Jetzt trug, dass wir jetzt an Alpha kommen. Alpha hört. Wo ist denn das Ding? Da hinten. Da hinten bei der Bananen. Wir rücken jetzt hinter das International Hotel vor. Auf drei, eins, zwei, drei, los. Feuerschutz, einer, einer Feuerschutz am besten. Uh, that's not good. Gebe Feuerschutz, los, rüber, rüber, rüber. Alle drüben. Kann ich die Leiter holt, Peter? Negativ, da stirbst du. Ja, glaube ich auch. Spätestens. Oh, Deckung. Wir können hier oben rauf. Ja, hier oben geht's. Gut, ich doch gerade sagen. Zuerst, okay? Äh, wir zwei gehen jetzt hier hoch auf dieses, äh, Hotel. Nicht ganz hoch, auf, auf Vorschläge. Alles klar, Leute, hat doch nicht geklappt. Wir greifen von der östlichen Seite weiterhin an. Äh, wurde getroffen. Bitte, äh, eine vom Band. Hin, legen. Okay, wir müssen, wir machen jetzt folgendes, ja. Wir rücken jetzt, wir brauchen zwei Teams jetzt. Und zwar Team Bravo und Team Alpha. Zernix, du gehst mit mir mit, wir sind Team Alpha. Die anderen, die bleiben jetzt hier, sind noch Team Bravo. Okay, passt. So, Zernix und ich sind Team Bravo jetzt. Team Bravo umzingelt jetzt so gesehen die Feinde. Und versucht jetzt dann eben durch Zugriff von der anderen Seite, dort aus dann eben, ähm, ja, die Geisel in Schutz zu nehmen. Over. Alles klar, Leute, über. Ähm, mehrere im Busch leben, leben noch. Äh, Zahl ist unbekannt. Oh, bitte, ist ein Alk. Herr, bitte, erlaubt uns einen Gernatik zu machen. Ja, erteilt, von mir aus. Äh, unser Zypi, der läuft gerade weg. Ah, kann mal einer den bitte wieder ausladen? Wer ihn eingeladen hat? Ich weiß nicht. So, wo ist er denn? Äh, Daniel? Ja, bitte. Wieso bin ich aber immer? Sorry. Joint Group. Wieso tut ihr ihn fesseln? So, schauen wir mal. Releasen. Ja, nee, ich habe ja bitten zu folgen. Ne? Weiß Bescheid. Ja, aber er wäre trotzdem weggelaufen. Deswegen haben wir ihn schnell wieder geflasht, weil er hinten schon war. Ja, okay, da behalten wir diese wahre Tradition bei, aber dann nicht einladen, weil es dann stellen wir ihn woanders hin, wo es sicher ist. Ins Intercity Hotel am besten, ins International. Bitte mal hier um, äh, Rundumsicherung. Der Fuller ist auch schon tot. Entschuldigung, am besten in der Ecke. Hier in der Ecke. Ich finde es hier ganz sicher. Äh, meine Fresse, jetzt kann ich ihn wieder nicht entfesseln. Nein, lass ihn einfach gefesselt. Äh, nee, das ist nicht gut. Kannst du ihn mal nehmen? Scroll, äh, und dann Interact und dann eben Release. Interact bekomme ich gerade nicht hin. Ist gut. Er muss auf ihn zielen. Interact. Ja, und dann... Ich höre auf den Fahrzeug. Danke. You released the... Ja, und jetzt, und jetzt noch, äh, irgendwie nehmen. Keine Ahnung, oder wieder Rest und dann nimmst du ihn mal kurz. Ich bin auch nicht in eurer Nähe. Das ist ein Hand. Hast du ihn? Ja, jetzt musst du ihn nehmen. Ja, okay, gut. Gut, dann entweder behältst du ihn oder stellst du ihn hier hin, je nachdem. Siehst du mich nicht? Wo haben sie Daniel wieder... Ja, wir sehen dich. Der Herrgab. Ja, wir sehen dich und du stehst bei uns und du bist da. Ach, jetzt gesellen sich mal die Herren rüber, wo ich schon vorhin gesagt habe, rund umsicherung hier. Ja, das ist aber nett von euch. Ja, drüben, was bringt's an euch drüben, wenn die Geisel hier drüben ist, meine Fresse? Und da ist endlich der Maddie weg. Ja, Servusler. Hallo auch, der Herr. So, ich sag, was ist jetzt mit dir? Hab ich nicht gesagt, rund umsicherung? Meine Fresse. So, also dann, wir bringen die Geisel rüber. Alles sicher, Geisel rausbringen, bitte. So, Geisel nur loaden jetzt hat, loaden. Aber arrested muss er sein. Hast du? Ja, ist er. Ja. Hockt da, okay, gut. Ja, ist... Wer ist Hockt da noch drin? Einer, außer, ja. Ja, sicher? Ja, okay. Sicher. Na dann, ähm, hier können drei Leute mit. Ich würd mal sagen... Kann ich fahren? Nein. Du übersiehst die Büsche. Wer hat das Ding hier hergefahren? Felix. Felix, du darfst dann wieder zurückfahren, wenn du magst. Obwohl, nee, warte. Warte, warte, warte. Als Beifahrer oder so? Mach mal lieber die Leute, die jetzt so gut mitgearbeitet haben. Ja, Niklas, du darfst mal als Passagier rein. Sehr nix. Du auch. So, okay. Und der Locke fährt das Ding bitte zurück zur Basis. Okay. Was bleib ich denn? Hier, Team Alpha, an Basis bitte kommen. Basis, ha? Wir benötigen hier bitte mal eine. Mit Fahrgelegenheit oder mit Fliegegelegenheit. Over. Starten wir, um Rommelkauf. Auf. Deinearte. zero. パ